Hallo hier ist Basti der Buschbiker. In diesem kurzen Video geht es noch mal um den Tropen Schlafsack von Terenzia. Ich habe dazu hierzu ein kurzes Video gemacht, das nur aus Fotos besteht, um euch den Unterschied der beiden Schlafsack Varianten zu zeigen. Eigentlich sind es ja vier Varianten und zwar gibt es zwei verschiedene Farben und zwei verschiedene Größen. Die Farben unterscheiden sich vor allen Dingen beim Kompressionssack. Der olive Kompressionssack ist wirklich oliv und der sandfarbene Kompressionssack ist wirklich sandfarben. Die beiden Schlafsäcke hingegen sind farblich fast identisch. Der olivfarbene ist etwas dunkler und der sandfarbene eigentlich etwas heller. Beides ein leicht grünliches braun. Hier im Vergleich sieht man es noch mal. Die Kompressionssäcke unterscheiden sich wirklich und haben die Farbe wie angegeben. Die Schlafsäcke sind eigentlich gleich. Deswegen mein Tipp, wenn ihr euch einen Carinthia Tropen kaufen wollt, dann kann euch die Farbe eigentlich egal sein. Sucht euch den billigeren raus, einfach den, den ihr günstiger bekommt. Zur Länge. Ich habe hier beide Versionen nebeneinander liegen. Der 1,85 Meter große ist ungefähr zehn Zentimeter kürzer als der zwei Meter große. Und ich habe mich jetzt mal in den 1,85 Meter großen reingelegt. Ich bin ja 1,88 Meter groß und ich muss sagen, da habe ich noch ausreichend Platz. Das ist wirklich riesig. Also ich denke selbst mit 1,90 Meter hat man keine Probleme im Carinthia Tropen 1,85 Meter. Also da reicht eigentlich für die meisten Menschen vollkommen aus. Ich habe beide auch mal gewogen inklusive Kompressionssack. Der kürzere ist 80 Gramm leichter. Macht also kaum Unterschied. Der 1,85 Meter Tropen wiegt 1295 Gramm und der 2 Meter Tropen wiegt 1375 Gramm. Deswegen nehmt euch den kleineren, leichteren. Der reicht vollkommen. Das war's auch schon, was ich euch zum Tropen Schlafsack von Carinthia sagen wollte. Tschüss und bis bald. Euer Basti der Buschbiker.